Willkommen bei cafotos.de und auch willkommen zum zweiten Teil der Photoshop-Reihe Photoshop Lernen in 60 Minuten. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr den auf jeden Fall zuerst schauen, denn da lernt ihr das Grundkonzept von Photoshop. Das ist Voraussetzung, um eben mit diesem Programm gut arbeiten zu können. Ich verlinke euch Teil 1 hier oben, beziehungsweise in der Videobeschreibung und wenn euch diese Reihe gefällt, dann klickt auf den Magisch-Knopf und teilt das Video, dass viele Leute erfahren, wie einfach man doch mit Photoshop arbeiten kann. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei Teil 2 und würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare reinschreibt, was ihr noch wissen wollt. Dann beantworte ich euch diese Fragen natürlich auch sehr gerne. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. So, nachdem wir das Ganze jetzt hier sehr schematisch gesehen haben, möchte ich euch das Ganze natürlich auch an dem eben gezeigten Beispielbild zeigen. Dazu schließen wir das hier einmal und gehen nochmal hier auf dieses Dokument ein. Ihr seht, auch hier gibt es viele verschiedene Ebenen und ich gehe mal hier nach ganz unten. Ihr seht, da gibt es ebenfalls diese Hintergrund-Ebene, das war das ursprüngliche Bild und jetzt gibt es da ganz viele verschiedene Ebenen, die übereinander liegen und alles, was weiter oben liegt, liegt halt eben auch näher quasi an uns heran, aus dem Bildschirm heraus, wenn man es sich so vorstellen will. Was ihr aber auch seht hier in dieser Liste, dass das alles ein bisschen anders und spektakulärer, möchte ich es mal nennen, aussieht, wie das eben der Fall war. Ihr seht zum Beispiel mittendrin immer diese Ebenen, die hier so ein Symbol haben oder hier gibt es was, hier ist noch ein anderes Symbol. Und das sind sehr spezielle Ebenen, die ich euch jetzt gern etwas erklären möchte. Und dazu möchte ich gerne zunächst mal darüber sprechen, was destruktiv und non-destruktives Arbeiten ist. Wenn ihr ein Bild habt, stellt euch einfach vor, ihr habt ein Bild ausgedruckt vor euch liegen und ihr geht jetzt hin und malt mit einem Bleistift auf diesem Bild. Was könnt ihr dann tun, wenn ihr euch vermalt habt? Ihr radiert es aus. Gehen wir einfach mal davon aus, ihr könntet das so wegradieren, dass alles wieder so ist, wie es war. Wenn ihr jetzt mit einem Kugelschreiber darüber malt, könnt ihr das nicht einfach wieder wegmachen. Das ist dann destruktiv. Wenn ihr das mit einem Bleistift macht, dann ist das non-destruktiv. Also ihr könnt Dinge rückgängig machen, wenn ihr nicht destruktiv arbeitet. Ihr verliert also keine Informationen. Genauso ist das hier auch bei Photoshop. Ihr habt die Möglichkeit, bestimmte Dinge destruktiv anzuwenden. Sprich, ihr ändert zum Beispiel die Farben eines Bildes. Aber wenn ihr das einmal gemacht habt und später die Datei wieder öffnen würdet, könntet ihr nicht mehr zu den alten Farben zurückkehren, einfach weil das auf das Bild draufgerechnet wird. Dass das eben nicht passiert, das sind sogenannte Einstellungsebenen. Ihr habt also in Photoshop verschiedene Möglichkeiten, Bilder zu verändern, Farben zu verändern, Kontraste zu verändern, Helligkeiten zu verändern. Dazu gibt es ganz viele verschiedene Korrekturen. Und das sind die Korrekturen, die ihr hier in der Seitenleiste findet. Zum Beispiel könnt ihr hier Helligkeit, Kontrast ändern, ihr könnt Gradationskurve ändern, ihr könnt die Belichtung ändern und so weiter und so fort. Auch das Dinge, mit denen ihr herumspielen müsst oder dann eben ein entsprechendes Tutorial auf meinem Kanal anschauen könnt. Und diese ganzen Einstellungen, die findet ihr auch, wenn ihr hier oben auf Bildkorrekturen geht. Seht ihr, sind die meisten davon hier auch aufgelistet, sogar noch ein paar mehr. Wenn ihr die hier oben bei Korrekturen auswählt, dann ist das destruktiv, weil dann werden diese ganzen Daten auf die Bilder draufgerechnet und fertig. Eure Änderung ist dann in Stein gemeißelt. Demgegenüber stehen die Korrekturebenen, und so eine werde ich jetzt einfach mal hinzufügen. Ich nehme dazu einfach mal hier eine Schwarz-Weiß-Korrekturebene. Und das hat zur Folge, dass eine neue Ebene hier in eure Palette eingefügt wird, die dann eben das entsprechende Symbol hier vorne hat. Das ist dann dieses Symbol. Ihr seht also direkt, okay, diese Ebene macht hier irgendwas Schwarz-Weiß. Die haben wir über das komplette Bild drüber gelegt. Und jetzt wollen wir gerne mal nochmal schauen, wie hat es denn vorher ausgesehen in Farbe. Also gehen wir einfach hin und könnten jetzt diese Ebene einfach löschen. Dann wäre es auch wieder wie vorher. Oder wir können das vorübergehend nur mal kurz ausschalten. Das ist dieses Auge hier vorne. Und ihr seht, dann ist diese Ebene quasi für den Zeitraum, bis ihr es wieder anschaltet, ausgeblendet. So kann ich immer hier hin und her schalten. Jetzt wollen wir aber das Bild vielleicht einfach nur ein bisschen entsättigen. Sprich, wir wollen diesen Schwarz-Weiß-Style nicht ganz ins Bild haben. Wir wollen ein bisschen was für den Farben zurückhaben. Und das könnt ihr machen, indem ihr diese ganzen Ebenen hier, die ihr hier einzeln habt, jede für sich verschieden stark ins Bild integrieren könnt. Und das ist dann die Deckkraft. Das heißt, ihr könnt hier die Deckkraft nicht auf 100% stellen, sondern vielleicht nur auf 50%. Und dann habt ihr 50% Farbe im Bild. Alles, was unten drunter war, war ja Farbe. Und unsere Ebene kommt jetzt zu 50% ins Bild rein. Und so könnt ihr das hier einfach regeln. Das heißt, wenn wir die auf 0% stellen, dann ist das genauso gut, wie wenn wir sie ausgeschaltet hätten. Das ist also die Deckkraft. Dann gibt es noch hier ein großes Menü mit ganz vielen verschiedenen Dingen. Das sind sogenannte Verrechnungsmodi. Das heißt, die Ebene, die ihr hier ausgewählt habt, könnt ihr in einen bestimmten Modus setzen. Und dann wird das mit den Ebenen, die darunter liegen, auf verschiedene Arten verrechnet. Zum Beispiel gibt es das ganz bekannte weiche Licht. Das bringt dann bei einer Schwarz-Weiß-Ebene extremen Kontrast ins Bild rein. Ich werde die Ebene nochmal ausblenden. Ihr seht, dann sah es vorher so aus. Und jetzt haben wir das Ganze kontrastreicher gemacht. Das ist aber sehr, sehr speziell. Und dafür braucht es auch schon etwas Übung und Erfahrung, um die gezielt einsetzen zu können. Was können wir jetzt außerdem noch machen? Wir haben jetzt hier eine Schwarz-Weiß-Ebene. Sieht jetzt nicht so schlecht aus in Schwarz-Weiß, aber wir wollen jederzeit, wenn wir unsere Photoshop-Datei öffnen, eben nochmal auf diesen Schwarz-Weiß-Look zurückgreifen können. Das könnten wir jetzt auch, weil es ist eine Einstellungsebene, das ist nicht destruktiv. Und wir könnten jetzt morgen die Datei öffnen, klicken hier auf Schwarz-Weiß, doppelt drauf, bekommen das Einstellungsfenster und können hier jederzeit nochmal Änderungen durchführen und ein bisschen damit rumspielen und einfach schauen, was uns hier besser gefällt. Okay, gefällt mir gut, lasse ich so. Nein, Deckkraft ändere ich ein klein bisschen. Nein, gehen wir doch auf 100%. Vielleicht doch hier noch in den Blautönen ein bisschen weniger und fertig. Ihr seht, ihr könnt also jederzeit, während ihr arbeitet, dann hier wieder auf die Einstellungsebene zurückkommen und eben dort nochmal alles ändern und gegebenenfalls, und das machen wir einfach mal, die Ebene hier unten auf den Papierkorb ziehen und dann ist er aus unserer Palette gelöscht und wir könnten eine andere hinzufügen. Machen wir auch einfach mal, wir nehmen hier Farbton-Sättigung, wir wollen vielleicht insgesamt die Sättigung im Bild auch hier ein bisschen verringern und die Farben vielleicht sogar ein bisschen verschieben und auch den Effekt kann man dann an- und ausschalten. Löschen wir wieder raus. Das sind also die Einstellungsebenen und jetzt habt ihr schon drei ganz große Teilbereiche von Photoshop gesehen, nämlich die Ebenen selbst, dann die speziellen Einstellungsebenen, wo ihr eben die Bilder von der Helligkeit, von den Farben her verändern könnt und jederzeit wieder diese Veränderung korrigieren könnt. Und ihr habt gesehen, dass man bestimmte Teilbereiche auswählen kann und Photoshop damit sagen kann, hier soll jetzt die Änderung, die ich jetzt gleich tun werde, wirksam werden. Und das hat einen ganz speziellen Vorteil und den zeige ich euch gleich im nächsten Teil, wenn es um die Masken geht. So, wir hatten gerade die Einstellungsebenen kennengelernt und da möchte ich euch gerne in dem Zusammenhang noch eine wichtige weitere Besonderheit von Photoshop zeigen, dass ihr einfach verstehen könnt, wie das mit den Ebenen vollends funktioniert, denn einen kleinen Teil habe ich euch da noch verschwiegen bisher. Und zwar seht ihr hier in der Palette, dass hier manchmal, oder wir fügen einfach mal eine neu ein, wir haben die Schwarz-Weiß-Ebenen eingefügt und ihr seht, hier gibt es dann immer ein Feld, was wir vorher ja schon mal gesehen hatten, als wir diese Punkte gemalt hatten, aber das Feld ist jetzt nicht hier links, wie zum Beispiel hier, sondern es ist hier auf der rechten Seite und wenn ihr so ein Feld rechts hier habt, dann ist das immer eine sogenannte Ebenenmaske. Und ihr seht, hier ist die jetzt weiß und hier unten haben wir eine, die ist ganz schwarz. Und was es damit auf sich hat, das möchte ich euch eben jetzt gerne erklären. Im Moment haben wir diese Ebenen zugefügt. Das Auge hier ist momentan zu sehen, die Deckkraft ist bei 100%. Das heißt, der Effekt, den die Ebenen hat, nämlich das Bild Schwarz-Weiß darzustellen, der wird im Moment überall und vollends gezeigt. Überall auf unserem Bild heißt Weiß. Hier dieses Masken-Symbol oder diese Masken-Ebene, die ist im Moment weiß. Alles, was weiß ist, und jetzt müsst ihr euch einfach den Ecken hier unten rechts, den stellt ihr euch hier unten rechts vor und hier oben links stellt ihr euch hier oben links vor, dass das quasi genau das Abbild dieses Formats hier ist. Das heißt, im Moment ist alles weiß und die Wirksamkeit der Ebene kann auf dem gesamten Bild sich entfalten. Ihr seht, das Bild ist ja auch schwarz-weiß. Jetzt möchten wir aber gerne, dass dieser Effekt von der Ebene, die wir jetzt hier erstellt haben, erstmal überhaupt nicht zur Geltung kommt. Und das machen wir einfach dadurch, dass wir diese Ebene-Maske hier schwarz füllen. Schwarz heißt, das, was diese Ebene hier macht, das soll im Moment nicht an dieser Stelle durchscheinen. Also wir nehmen uns eine schwarze Farbe und wir wählen hier durch langes Drücken das Full-Werkzeug und klicken jetzt einfach einmal hier ins Bild rein. Stört euch jetzt nicht daran, dass ich jetzt hier irgendwo hinklicke. Wir haben die Ebenen-Maske markiert. Das heißt, wir malen jetzt im Moment auf dieser Maske. Wir klicken einfach einmal. Und was ihr seht, das Bild wird wieder farbig und unsere Maske hier ist jetzt schwarz geworden. Das heißt, dieses schwarz-weiß, diese schwarz-weiß-Ebene, die hat im Moment keine Auswirkung auf unser Bild, weil überall, wo schwarz ist, wirkt sich die Maske nicht aus. Und jetzt wissen wir, dass weiß das Ganze zum Vorschein bringt und schwarz eben nicht. Im Umkehrschluss heißt das, wir nehmen uns einen Pinsel, nehmen uns eine weiße Farbe und dort, wo wir jetzt schwarz-weiße Anteile haben möchten, malen wir diese mit weißer Farbe rein. Wir sagen also unserer Ebenen-Maske, dort, wo du weiß bist, dort darf dieser schwarz-weiß-Effekt durchkommen. Und jetzt malen wir einfach mal hier und ihr seht, ich kann hier einfach, ich mache es jetzt nicht sehr genau, aber ich kann jetzt hier einfach dieses Blau dadurch wegmalen, dass ich hier mit weißer Farbe male. Und ihr seht auch jetzt hier in der Maske, nachdem ich die Maustaste losgelassen habe, dass es jetzt hier einen weißen Bereich gibt. Und das Ganze könnte ich jetzt auch hier auf dem anderen Arm mal grob machen. Und auf diese Weise habe ich jetzt nur diesen Bildbereich eben von seiner blauen Farbe ausgenommen. Das Ganze würden wir jetzt hier unten natürlich dann auch noch machen. Und wenn man das dann fertig hat, dann haben wir überall die blaue Farbe nahezu verschwinden lassen. Und jetzt haben wir hier einmal zu weit gemalt. Dann nehme ich mir dann wieder schwarz und male dann einfach hier mit schwarz drüber, weil schwarz bedeutet ja, dass der Effekt an dieser Stelle nicht zum Tragen kommen soll. Und genau das wollen wir auch nicht, denn dort soll kein schwarz-weiß sein, sondern eben hier Hautfarbe beispielsweise. So, und ihr seht, wie schnell ich jetzt hier das einfach mal so machen konnte, dass es eben nicht mehr farbig ist. Geht relativ flott. Und das ist eigentlich schon alles, was ihr wissen müsst zu diesen Ebenenmasken. Ihr könnt also für alle Ebenen, nicht nur für diese Einstellungsebenen, ich kann also auch hier eine neue Ebene nochmal drüberlegen und würde vielleicht auch dort wieder meinen berühmten Punkt hier oben hinsetzen. Dazu mache ich auch den Pinsel hier nochmal etwas größer. Ich setze hier mal so einen Punkt hin. Der ist auf dieser Ebene. Den könnte ich jetzt verschieben. Den könnte ich jetzt vielleicht sogar so verschieben, dass er hier hinten dran eigentlich sein sollte. Und wie kriegen wir das jetzt hin? Okay, ich möchte den Punkt jetzt nicht so verlieren. Es soll ein Punkt bleiben, dass ich jederzeit wieder einen Punkt draus machen kann. Aber wir wollen, dass der eben nicht hier davor ist, sondern eben nur hinten dran. Das heißt, wir werden zu dieser Ebene eine Maske hinzufügen. Bei diesen Einstellungsebenen ist diese Maske immer mit dabei. Bei einer normalen Ebene müssen wir das selbst tun. Also wir wählen diese Ebene 5 mit unserem grünen Punkt aus und klicken hier unten auf dieses Symbol. Ebenenmaske hinzufügen. Jetzt haben wir die. Und jetzt ist die weiß. Der Punkt ist ja auch zu sehen. Mit schwarz können wir den jetzt eben dort wegmalen, wo er nicht sichtbar sein soll. Und das wäre dann so. Und jetzt müsste man noch ein bisschen ranzoomen. Das könnt ihr natürlich auch jederzeit tun. Und dann könnte man die Pinselspitze hier nochmal etwas anpassen. Und hier dann das Ganze etwas genauer malen. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, wie es sein könnte. Aber ihr seht, ich habe es jetzt in etwa so hinbekommen, dass es aussieht, als wäre dieser Punkt eben dahinter. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, vielleicht soll der Punkt doch ganz sichtbar sein, dann könnt ihr auch jederzeit diese Maske hier einfach nehmen, in den Papierkorb ziehen. Ihr sagt, ich möchte diese Maske einfach löschen. Und dann habt ihr wieder euren Punkt. Das ist also das Geheimnis der Ebenenmasken. Ihr könnt also bei jeder Ebene sagen, wo der Inhalt der Ebene sichtbar sein soll. Das macht Sinn bei den Einstellungsebenen. Manchmal möchte man vielleicht irgendein Objekt oder irgendwas anderes in ein anderes Bild einbauen und möchte einfach nur einen bestimmten Bereich aus diesem Bild sichtbar haben. Dann macht man sich eine Maske und malt genau an den Stellen das so hin, wie man es braucht. Natürlich macht man das Ganze dann nicht immer mit dem Pinsel, sondern man würde verschiedene andere Werkzeuge hinzuziehen, um genau den Bereich auszuwählen, der jetzt sichtbar sein soll. Auch da kommen dann wieder Werkzeuge, wie das Auswahlrechteck oder die Auswahlellipse zum Tragen. Ihr könnt auch hier ein Lasso-Werkzeug, das heißt, ihr könntet diesen Bereich, der auszuwählen ist, eben selber einmalen. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier einfach vorbeimalen und hätte das dann auch so auswählen können und hätte Photoshop jetzt mit dem Füllwerkzeug hier eine schwarze oder eben weiße Farbe reinmalen können und ich mache es mal hier schwarz, dann seht ihr, ist das Ganze auch wieder rückgängig gemacht und ich habe es hier oben einfach reingemalt. Das also nochmal, um zurückzukommen auf die Auswahlwerkzeuge, da gibt es noch viele verschiedene andere, führt aber jetzt für das Grundprinzip zu weit. Ihr habt jetzt gesehen, wie das mit den Einstellungsebenen ist und natürlich auch mit den Masken und damit habt ihr jetzt eigentlich schon die wichtigsten und wahrscheinlich auch schwierigst zu verstehenden Bestandteile von Photoshop gesehen. Im nächsten Teil geht es dann um den Bereich der Filter. Ja, wie versprochen geht es in diesen Teilen nun um die sogenannten Filter. Das einfach nur als Einführung in diesen Bereich. Alle Filter kann ich euch natürlich nicht zeigen. Oft geht es auch um eine Kombination von Filtern. Was ich euch gerne zeigen möchte, wie man einen bestimmten Bereich im Bild ein bisschen weich zeichnet. Und das Ganze machen wir so, ich habe einfach das Bild mal als neue Datei geöffnet, dass wir nur eine Ebene hier haben mit diesem Bild drauf und dafür machen wir eine Kopie. Das heißt, wir klicken hier drauf und würden dann, Moment, hier Ebene duplizieren. Okay, jetzt haben wir zweimal die gleiche Ebene hier drin. Ihr seht, ich kann die einen ausblenden, es ändert sich nichts. Und hier machen wir Doppelklick und nennen das dann Weichzeichner. Hier wollen wir also jetzt diesen Effekt des Weichzeichnens drauf haben. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, hier oben auf Filter zu gehen. Und da gibt es verschiedene Filter. Die könnt ihr euch dann auch alle anschauen. Alle kann ich euch natürlich nicht zeigen. Ich möchte euch gerne hier den Gauss-Schar-Weichzeichner zeigen. Und das ist eigentlich der bekannteste. Den klicken wir an und würden jetzt hier hingehen und könnten jetzt hier mit einem Regler eben die Weichzeichnung hier ändern. Zum Beispiel so. Und ich mache es nochmal etwas zurück. Es soll ja nicht ganz so stark sein. Okay. Und dann würden wir jetzt okay klicken. Was ist jetzt unser Problem? Wir können den Effekt, der jetzt eben auf dieser Weichzeichnerebene liegt. Ihr seht, das ist jetzt auf dieser Ebene passiert. Den können wir nicht mehr regeln. Und das ist eigentlich schlecht. Das ist jetzt wieder ein Fall von destruktivem Arbeiten. Wir machen das Ganze einfach mal nochmal. Ich lösche diese Ebene. Dupliziere die nochmal. Nenne die dann Weichzeichner. Und jetzt machen wir einen Schritt noch, bevor wir diesen Filter anwenden. Und zwar machen wir über Filter für Smart Filter konvertieren. eine spezielle Ebene daraus. Das seht ihr an diesem Symbol hier oben beziehungsweise unten rechts an dieser Miniatur. Das ist jetzt ein sogenannter Smart Filter beziehungsweise eine Smart Ebene. Jetzt können wir diesen Filter wieder nehmen. Und dann seht ihr auch schon gleich, was da passiert. Wir werden den jetzt hier einfach so eingestellt lassen. Ich klicke OK. Und ihr seht, wir bekommen zum einen mal wieder eine Maske mit dazu. und ihr bekommt hier den Eintrag in dieser Ebene Gaussischer Weichzeichen. Das ist der Filter, den wir benutzt haben. Und mit einem Doppelklick hier drauf können wir auch wieder hier reingehen und den dann nachträglich ändern. Ich mache es vielleicht mal nicht ganz so stark. So. Und klicke auf OK. Und wir haben auch hier wieder eine sogenannte Maske und können jetzt hier einfach wieder, wie wir es eben gelernt haben, mit schwarzer Farbe den Bereich ausmalen, der eben jetzt nicht mit diesem Weichzeichner belegt sein sollte. Zum Beispiel eine etwas größere Pinselspitze. Die muss deutlich größer. So. Und die soll auch nicht hart am Rand sein, sondern die soll eher hier so weich sein. Ich klicke mal hier drauf. Und werde dann hier einfach auf diesem Bild malen. Und zwar genau dort, wo dieses Weichzeichen nicht zum Tragen kommen soll. Und das ist genau hier, wo auch das Gesicht ist. Ihr seht also, da male ich das ein bisschen frei. Und ihr seht jetzt dieser Filter, den ich angewandt habe, der ist nach wie vor da, aber nicht dort, wo ich das jetzt ausgespart habe. Und was ich euch eben bei den Masken noch nicht gesagt habe, es gibt natürlich nicht nur schwarz und weiß, sondern es gibt auch Zwischenwerte, nämlich Grauwerte. Und je nachdem, wie stark der Grauwert zu weiß oder schwarz tendiert, also wie kräftig oder, ja, wie hell oder dunkel quasi der Schwarz-Weiß-Ton ist, desto prozentualer hat er diesen Effekt. Also im Moment habe ich jetzt hier ein fast 50%iges Grau. Das seht ihr hier an dieser Zahl. Das heißt, zu 50% hat das die Wirkung von Weiß und Schwarz. Das heißt, der Effekt kommt dann zu 50% durch. Und wenn ich also jetzt hier so hin drüber male, seht ihr, ist das nicht ganz so stark, mag der Effekt, aber er ist auch nicht ganz weg. Und das seht ihr jetzt hier eben auf dem Bild. So. Und genauso könnt ihr auch hier die Deckkraft dann ändern, jederzeit. Ihr könnt auch diese Ebene einfach mal komplett ausblenden oder nur einen Filter. Und genauso könnt ihr auch das Ganze dann mit jeder anderen Ebene auch machen. Ihr seht, es gibt noch ganz viele andere verschiedene Filter, die die unterschiedlichsten Sachen machen. Ihr könnt hier Beleuchtungseffekte ins Bild reinbringen. Schaut euch diese ganzen Filter einfach mal an. Ihr könnt nichts kaputt machen. Öffnet ein Bild und wendet mal wirklich jeden Filter an und schaut, was das Filter macht. Spielt ein bisschen mit so Einstellungen rum und dann, denke ich, bekommt ihr relativ schnell ein Gefühl dafür, welche Filter man mal für irgendwas gebrauchen kann und welche nicht. Ich habe mittlerweile so ein paar Weichzeichnungsfilter, die ich oft benutze, nämlich die Bewegungsunschärfe, den gaussischen Weichzeichner sehr oft, denn die bringen eigentlich immer so ein bisschen die Unschärfe mit ins Bild, wo man sie vielleicht haben möchte. Das hat ja auch was mit Fotografie zu tun, dass bestimmte Dinge unscharf sind und die könnt ihr auf diese Weise zum Beispiel ein bisschen verstärken. Dann gibt es hier einen Hochpassfilter, damit könnt ihr was nachträglich noch mal schärfen, aber geht wirklich hin und macht, bevor ihr so was, so einen Effekt anwendet, so einen Filter, immer ein Smartfilter draus, dass ihr jederzeit wieder hier in die Einstellung rein könnt und eben dann hier die Stärke noch mal regeln könnt. So, damit habt ihr Teil 2 von Photoshop Lernen in 60 Minuten erfolgreich absolviert. Ich habe euch hier Teil 3 verlinkt und auch noch mal den ersten Teil, wenn ihr da noch mal reinschauen wollt. Und hier ist auch ein ganz großer roter Abonnieren-Knopf, klickt da drauf, dann seid ihr immer informiert, wenn es neue Videos rund um Photoshop, Lightroom und die Fotografie von mir gibt. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart, freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao.